Hallo meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu einer kleinen Runde Black Ops 2 mit mir dem Razorgames und euch, dem Zuschauer, wir spielen Hijacked mal wieder. Es ist eigentlich ganz lustig, dass wir immer Hijacked spielen. Ne, eigentlich ist das überhaupt nicht lustig, aber der Razor sagt halt, es ist lustig. Genau, wir haben hier unser MVG, was ich in der letzten Folge ziemlich geil fand. Und was wir jetzt in dieser Folge weiter ausprobieren. Zum Beispiel gegen den hier. Wenn ich nicht so scheiße wäre, dann würde das vielleicht sogar funktionieren. Mann ey, das ist doch kacke. Ist da nicht ein... Alter, ich muss von hinten kommen, weißt du. Oh, egal. Alter, das ist doch derselbe nochmal, was will denn der Wichser? Ich kann mir mein MV doch nicht gut spielen. So. So eine Scheiße mit dem Ding. Das reagiert mir zu schlecht. Also eigentlich... Äh, ja. Ich weiß nicht, ob das MG daran schuld ist. Das ist einmal dahingestellt. Oder dorthin. Oh Gott, war das schlecht. Nein! Alter, leck mich. Oh Gott. Leck, weg. Boah. Leute. Ja, äh, und ich bin am überlegen, ob ich Ben nicht spenden soll. Um also ein bisschen zum heutigen Thema zu kommen. Äh, da... Ob ich irgendwie... Da so ein bisschen die Motivation raus ist. Äh, ich mein, bald schadet ja auch mal wieder Minecraft Staffel 2. 2, 2, 2, 2, 2. 2, ach, fuck. Ähm. Und da bin ich halt am überlegen, ob ich Banished beenden soll. Weil so großartig viel kommt da halt, glaube ich, auch einfach nicht mehr. Das ist ein bisschen das Problem von Banished. Äh, dass da einfach... Es ist jetzt im Prinzip soweit, wie ich bin. Und danach kommt halt nur noch hier, baue deine Stadt größer. Und so eine Scheiße. Aber, äh, das ist halt einfach überhaupt nichts geeignet für das Let's Play-Dale-Spiel. Muss man mal ganz klar sagen. Ne? Äh, und deswegen bin ich da am überlegen, äh, wie ich das machen soll. Und vor allem, was ich anstatt dessen machen soll. Oh, fuck. Scheiße. Ja, das war eigentlich vorauszusehen. Ähm, könnt ihr mal Vorschläge reinschreiben. Und nein, ich werde nicht jeden Tag eine Folge Black Ops 2 machen. Das ist mir... Das Spiel ist mir einfach dafür zu einträglich, dass ich das jeden Tag mache. Das ist ja auch schon wieder fast zwei Wochen her. Seit der letzten Folge schäme ich mich dafür auch so ein bisschen. Äh, aber es ist einfach so die Zeit, ne? Wie jeder weiß, der, äh, kein Alzheimer hat, ist ja jetzt gerade die Weihnachtszeit. Alter, ich dachte, ich werfe es gegen Sonnenschirm. War ja Bombenstimmung bei uns. Nee, äh, Weihnachtszeit ist ja jetzt, und, äh, 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 es legt sich gerade zwar, aber es ist halt immer noch ein bisschen so diese, diese Ausklangphase. Dieses, dass er mit Geschenken zurechtkommt. Zudem kommt jetzt meine neue Grafikkarte. Die habe ich mir bestellt schon. Die kommt dann auch jetzt in ein paar Tagen an. Dann baue ich die ein. Und dann muss ich mich damit noch zurechtfinden. Dann baue ich andere Grafikkarte in einen anderen Rechner rein. Oh, ganz viel Zeug kommt jetzt auch auf mich zu. Und, äh, aber danach, danach kommen dann hoffentlich wieder regelmäßiger Black Ops 2 Videos. Und ich brauche auch mal so eine persönliche Auszeit irgendwie. Und dazu ist die Weihnachtszeit eigentlich gar nicht mal so schlecht. Wenn dann nicht jeder was von dir möchte. Das ist bei mir so gerade ein bisschen ein persönliches Problem. Dass wenn mir jeder herkommt, ach, kannst du dich das doch machen? Und mach mir doch das mal. Und, äh, 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 äh. Da muss ich noch für die Schulen ein Stapel Papier abarbeiten. Oh, fuck. Oh, fuck. Das war eine miese Mischung. Äh, da muss ich noch für die Schulen ein Stapel Papier abarbeiten. Dann muss ich, äh, für YouTube möchte ich jetzt bald ein neues Kanalbild machen. Äh, oh Gott. Ne, das sind alles solche Sachen. Äh, dann muss ich die YouTube-Beschreibungen ändern. Da, die ja in den Beschreibungen immer steht, kommentiertes Gameplay von Razer Games 2014. Das muss ich in 2015 ändern. Ist ja nur eine kleine Sache, aber das läppert sich halt so, weißt du. Allein schon dieses, dieses dran denken und alles, das ist schon, das ist schon eine Arbeit. Na, Leute, ich bin wieder letzter. Das ist, äh, wundervoll. Ist eigentlich ganz lustig, dass ich so schlecht bin und trotzdem die Spiel spiele. Ne, eigentlich ist es überhaupt nicht lustig, weil ich nämlich damit das ganze Team runterziehe. Ach, gut, dann spielen wir nochmal Hijacked heute. Ach, ja. Ja, und dann, äh, bin ich gerade noch dabei mit Minecraft ein bisschen, dass ich das, dass, dass wir dabei bereit sind. Äh, also Minecraft wird auf jeden Fall dann starten, wenn ich meine 970 habe. Aber ich werde mir den, äh, beziehungsweise, ich habe mir die, äh, beziehungsweise, weiß ich von undeutlich, beziehungsweise, ich habe mir die, ähm, GeForce GTX 970, ne, überhaupt nicht GeForce, die ist von so, das GeForce auch ne. Ach, egal, auf jeden Fall, die, äh, APM Edition, die Extreme Edition, also, eine der besten Karten, die es momentan so für den Privatbenutzer gibt. Und damit meine ich, und damit schließe ich die Titan Set aus, weil die hat kein Privatbenutzer. Ja, Leute, ohne Witz, der Titan Set ist übertrieben. Braucht man auch nicht als Privatbenutzer. Der Titan, gut, wer es möchte, aber der Titan Set, Leute, 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 so. Ne, und die 970 in der Extreme Edition, für 420 Euro, das ist dann angemessen, sagen wir mal so. Und dann kann man da noch GTA 5 spielen, wenn es rauskommt, guck mal voll Steering hier, ey. Na, gerade war ein bisschen Teering da. Teering, ja, aber. Äh. Ja, aber für den sind die Akkabte aktiv, oder was, weißt du? Nein, Nachmann. Na, Mann. Man, Manometer. Scheiße. Ah, hier hin. Komm. Schnell weg sprinten. Hä? Das war doch gerade, ich fang nicht weiter nach, guck mal, ich geh mal vor, okay, geh ich mal hier lang. Aha, denkt man, man kann rumcampen. Oh, fuck. Ach, scheiße. Aber mal reingesprayt, ey. Ach ja, der Razor mit seiner dicken Klappe. Ah, geh da weg. Geh mal vor. Ne, okay. Oh, beide tot. Schüttungskanate gebaut. Schüttungskanate geht raus. Guck mal, diese Mischung zwischen Schüttungskanate und Haftgranate, die ist evil, ey. Ne. Ah, Mann. Dann macht er mich mit seiner komischen Blindgranate immer noch, oder Schüttungskanate immer noch fertig. Hiss. Hahaha. Beide einfach erstmal alles auf den Werf. Komm, komm, komm. Oh. Habe ich nicht. Wollte ich nicht mit der Skah spielen? Fuck. Ja, dann mach ich euch noch eine Folge. Dann lade ich die ein bisschen Zeit näher hoch. Und später mit der Skah, die mir empfohlen wurde. Das machen wir dann auch gleich mal. Ich meine, die Folge packe ich das nicht, weil ich möchte diese Regel beibehalten. Ich bin generell... Ja, komm, geh rein. Geh rein, danke. Äh. Weil ich möchte diese Regel beibehalten. Ich möchte generell Regeln beibehalten, die ich mir... Die ich an den Zuschauern, die sind, dass sie mir selber setze. Unter anderem auch, dass die Videos... Mir fängt der Stress an. Dass die Videos auch, äh... Schön, äh... Immer 20 Minuten lang sind und nicht länger. Weil, dass irgendwie unter den Zuschauern... Das kenne ich ja auch selber bei Videos. Da ist das ja so, dass du dann verwöhnt wirst. Und dann kommt eine Folge, die mal ein bisschen kürzer als 20 Minuten ist. Und dann bin ich auch geflamed. Das kam bei mir jetzt noch nie vor. Aber vielleicht auch deswegen, weil ich darauf achte. Alter, von da hinten... Ne, das ist Cheater, ey. Nein, ist ja kein Cheater. Und ist ja von Cheaterwurst. Oh Gott, war das schlecht. Und... Bald kommt ja auch noch GTA 5 raus. Das muss ich mir auch noch bald vorbestellen. Äh... Und ganz viel Zeug kommt jetzt halt raus. Als du aus aller Welt... Äh... GTA 5 werde ich mir vorbestellen. Und das werde ich mir vorbestellen. Und jenes und... Bla, bla, bla. Oh, ach Mann. Finde ich voll dämlich. Das ist angenehm, einmal nicht den Timer stellen zu müssen. So. Nicht mal so der Meinung. So, wo, 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 wo? Da! Oh, oh. Bring... Oh, bringt ihm was. Scheiße. Komm. Ja, mach mal vor hier. Na, da stand der in der Ecke der Wichser. Ist unglaublich. Ist unglaublich, Freunde. Boah, da ist jemand reingerannt. Haha, ich hab den Kill dir abgesahnt. Oh! Haha, ich hab den Kill abgesahnt. Haha! Oh, Doppelabschuss. Achso, nee, für mich. Okay, gut. Wollen wir mal eben den hier. Ich hab sogar getroffen. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht. Oh! Das find ich ganz angenehm! Boah, Alter, wie ich sie durchwasche grad. Sollt ihr oben nicht stehen. Sollt ihr unten auch nicht stehen. Fuck, jetzt kommen die von hinten. Boah, ich glaub, es ist hier nicht grad unsere Seite irgendwie. Wie? So geh ich ihn grad so ab. Kann mir jetzt mal jemand sagen. Das macht mir grad irgendwie Angst. Scheiße. So mal, wieso bin ich nicht... Okay, pass auf. Blitzschlag. Komm, komm, komm. Perfekt. Und? Also hab ich selber gekillt. Scheiße. Kommt hier rum. Ja, komm. Alter, wieso rushen die jetzt hier rum? So, geht doch, ey. Meine Fresse. Ich muss hier rum rushen? Nein! Von hinten, ach Mann. Ich hab Platz mir nicht. Ich bin grad Erster. Ich ficken Schnitzel. Ach, das ist ein Verbündeter. Da ist keiner. Da wirft eine Erschütterungsgranate. Habe ich denen das erlaubt? Ich glaub ja wohl nicht, ne? Meine Fresse. Da kriegt er nichts zu flüchten. Fuck. Scheiße. Ah, Mann. Ich hab mich juckt sich gerade im ganzen Körper, ey. Also eigentlich nur in den Augen, aber das fühlt mich der ganze Körper. Ich bestehre nur aus Augen. Auf die Beine! Ich hab den letzten Kill, Freunde. Den schauen wir uns noch an und dann machen wir hier mal Sendepause. Auch rein, du letzter Kill. Auf die Beine! Bam, 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 bam rein, macht's gut, ciao!